Hi Habach, das innovative und zukunftsweisende Wohnbauprojekt. Hi Habach bietet ein neues Modell des Zusammenlebens und ein Zuhause für jede Zielgruppe. Habach ist Gemeinschaft und steht deshalb für eine soziale Durchmischung seiner Bewohner und Bewohnerinnen. Wir, die Herrenhofer Metall GmbH, durften bei der ersten Baustufe mit Baubeginn im April 2020 zu diesem Projekt beitragen. 96 barrierefreie Wohneinheiten wurden von uns mit Postkastenanlagen sowie zeitlosen und modernen Balkongeländern ausgestattet. Besonderes Highlight ist die öffentliche Dachterrasse mit dem von uns gefertigten Glasgeländer. In den öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel dem Flur oder den Treppenhäusern, wurden Absturzsicherungen und die Handläufe nach den gesetzlichen Vorschritten montiert. Auch die Glasfassade für das Geschäftslokal im Erdgeschoss war Teil unseres Auftrags. Leistungen wie die Lüftungslamellen der Tiefgarage oder die Einhausung der Müllräume rundeten unsere Arbeiten ab. Fernhofer Metall GmbH. Planung und Anfertigung von individuellen Stahlkonstruktionen, Glasdächer, Alukonstruktionen sowie Glasgeländer. Alles nach Maß rund ums Haus.